Was du hier siehst, ist mein eigenentwickelter Handelsroboter, der seit April im Echtgeldkonto läuft, wo es auch ein Signal von gibt. Habt ihr drei, Schrägstrich vier Signale mitgebracht, die sehr, sehr interessant sind und wo man wirklich sagen kann, da muss man sich das ganz mal anschauen. Und damit herzlich willkommen hier bei forexsignale.trade. Erst informieren, dann abonnieren. Hau heftig auf den Like-Button, weil wenn du am Like-Button vorbeikommst, findest du in der Videobeschreibung ganz, ganz viele Links. Unter anderem für C-Trader, das heißt, was ist das für eine Plattform, wie funktioniert das, wie kann ich mich dort anmelden? Das funktioniert nur über IC Markets, Schrägstrich IC Trading, denn IC Markets bietet für europäische Kunden oder hat für europäische Kunden nur Hebel von 1 zu 30 angeboten. Jetzt mit IC Trading haben sie eine neue Plattform eröffnet. Das läuft 1 zu 1 wie bei IC Markets, deswegen am besten schon mal anmelden. Falls das irgendwann wieder weg ist, kannst du diesen Account höchstwahrscheinlich weiter nutzen, so wie alle Leute, die bei IC Markets bereits sind. Also wie gesagt, das schon mal als kleine Empfehlung. Und auch C-Trader, Signale werden heute sehr, sehr interessant sein. Da habe ich dir nämlich zwei wirklich fantastische Signale mitgebracht. Aber wir starten erstmal ganz kurz in den MyLoki-Handelsroboter rein. So, das ist die berühmte MyLoki-Strategie. Viele, die den Kanal schon länger abonniert haben, kennen sie wahrscheinlich schon. Viele sind auch über diese Strategie tatsächlich zum Kanal gekommen. Und diese läuft seit Juni letzten Jahres und liegt jetzt aktuell bei 1.489%. Also wirklich ein fantastisches Ergebnis. Allerdings muss man eben auch ganz klar sagen, dass seit Juni es hauptsächlich erstmal abwärts ging. Hier gab es mal ein kleines Zwischenhoch und erst seit Ende September, Anfang Oktober ging es wieder bergauf. Warum dieses Video? Na, erstens, weil es natürlich jetzt super wieder dasteht. Ja, da kann ich das Ganze auch mal wieder rausholen. Naja, jetzt wird natürlich auf einmal ein Schuh draus. Und zweitens, weil es auch im letzten Jahr so war, dass so über den Sommer hinweg bis in den Herbst hinein, ja, die Performance okay war. Jetzt nicht der Kracher, aber war okay. Und danach ging es dann halt erst richtig ab. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt die richtige Phase. Ich weiß es nicht. Aber man darf eben nicht vergessen, dass es öfter mal wieder Hänger gibt. Aber dazu komme ich jetzt gleich wieder. Das war erstmal so ein kleiner Appetithapfen. Und dann zeige ich dir nochmal die Statistiken, wie es jetzt eben entsprechend aussieht. So, im letzten Signale-Video habe ich dir drei Signale vorgestellt. Zwei sind heute wieder dabei, weil sie sich weiterhin super entwickelt haben. Das war das Signal, wo ich gesagt habe, das ist Top 2. Ja, also die Nummer 2, das zweitbeste Signal, was ich empfehlen kann. Das Ganze läuft seit Ende Juli und hat da 459% gemacht. Leck mich am Arsch, krass. Ja, der ein oder andere wird jetzt sagen, Mensch, okay, was sind 459%? Ja, seit Juli, das ist natürlich fantastisch. Aber es gibt natürlich Signale, die viel, viel mehr machen. Aber das Besondere an diesem Signal ist natürlich, dass der Drawdown inzwischen relativ gering ist. Der maximale Drawdown liegt hier bei 22%. Wir schauen uns das Ganze hier mal an, wie sich das eben entwickelt hat. Von Juli an, Ende Juli, 23. Juli wohlgemerkt. Und hier sehen wir eben auch, wie der Drawdown sich entwickelt hat. Das heißt, der Drawdown ist immer geringer geworden. Und seit der letzten Folge, 20. Oktober, gab es nur einmal einen maximalen Drawdown von 5%. Ansonsten läuft das Ganze stabil nach oben. Was mir hier sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sehr, sehr viele verschiedene Währungen oder Indizes eben auch gehandelt werden. Also am meisten wird Gold gehandelt, dann der DAX, dann der S&P 500, ein bisschen Nasdaq, Dow Jones und so weiter und so fort. Und ja, das gefällt mir halt ganz gut, der Mix, aber eben vor allem auch der niedrige Drawdown. Also das ist ein Signal, was sich offensichtlich bewährt hat. Wir schauen mal, wie viel Prozent sich das Ganze gesteigert hat vom 20. Oktober an. Ja, da sind wir von 1.500 auf über 2.000 gestiegen. Das heißt, mehr als 25%, mehr als 30% sogar Gewinn gemacht. Das sind ja über 33% oder sowas das Ganze gesteigert innerhalb eines Monats. Und das Ganze mit einem maximalen Drawdown von 5% ist wirklich ein super Ergebnis. Der einzige Wermutstropfen ist vielleicht so ein bisschen, dass man mindestens 600 US-Dollar mitbringen muss. Man kann das Ganze allerdings wahrscheinlich dann eben auch über ein Cent-Konto machen. Das heißt, da sind 600 Dollar, dann sind 6 Dollar. Da kann man natürlich auch ein bisschen mehr reinpacken und das Ganze dann entsprechend kopieren. Wie das alles funktioniert, wie schon gesagt, unten in der Videobeschreibung, direkt unter dem Like-Button. So, kommen wir zum nächsten Signal. Das war das Signal, wo ich gesagt habe, das ist Top 1, das gefällt mir am besten. Das war in der letzten Folge. Und das ist auch so geblieben, beziehungsweise kommen gleich noch zwei Signale auf C-Trader, die wirklich das Ganze nochmal wirklich in den Schatten stellen. Aber, wie gesagt, wer bei Roboforex ist, kann erstmal nur die CopyFX-Plattform nutzen. Hier sind wir bei 3129% und das Ganze seit Ende September. Ja, also das heißt wirklich, das ist wirklich super kurzer Zeitraum. Und der Drawdown letztes Mal war, glaube ich, so bei minus 8%. Also auch wirklich ein sensationell gutes und fantastisches Ergebnis. Und auch hier sieht man, bis auf einmal ganz kurz ging es mal so ein bisschen runter, sind wir wirklich hier einfach solide nach oben gegangen. Und auch hier schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und zwar vom 20. Oktober an sind wir bei circa, ich sage mal 190 im Mittel. Equity und Balance, also etwa 190. Sind wir jetzt auf 342, das sind etwa 80% Gewinnsteigerung innerhalb eines Monats. Hier sieht man allerdings, ja, gab es auch mal diesen Drawdown von 15% und generell ist immer ein gewisser Drawdown eben auch da. Gehandelt wird hier allerdings nur DAX und ein bisschen Gold, obwohl er oben geschrieben hat, dass er nur DAX handelt. Aber okay, hat da vielleicht so ein bisschen das Ganze noch mit hinzugenommen. Also, wie gesagt, das ist die zweite, ja, nicht Empfehlung, sondern das zweite Signal, was man sich vielleicht angucken sollte. Und jetzt kommen wir zu den C-Trader-Signalen. So, und hier habe ich das Ganze so ein bisschen gefiltert. Das heißt, das Ganze, was schon mindestens ein Jahr läuft oder bis zu einem Jahr läuft. Das heißt, hier wird mir das dann eben entsprechend angezeigt. Und ja, hier, wie gesagt, habe ich zwei Signale, wo ich sage, von denen bin ich begeistert. Finde ich sehr, sehr gut. Das erste ist nicht das Beste, ja, weil man sieht, hier war wirklich mal ein heftiger Drawdown von wahrscheinlich über 50%. Ich habe es mir gar nicht weiter angeschaut, weil, wie gesagt, das für mich dann nicht relevant ist. Aber das zweite sieht schon sehr, sehr interessant aus. Und das ist im 3. Juli gestartet und hat 30.000% Gewinn gemacht. Ja, also wirklich ein fantastisches Ergebnis. Und wirklich konstant geht das Ganze nach oben. Das ist Signal Nummer 1. Was das hier rechts bedeutet, zeige ich dir gleich noch. Und das zweite ist das Tomahawk-Signal. Das ist erst am 3. November gestartet, also vor genau 20 Tagen, und liegt schon bei 16.000%. Ja, also auch wirklich sensationell gut. Gut, kommen wir hier drüben nochmal ganz schnell hin. P, steht auch alles eigentlich da, ist die Performance-Gebühr. Das heißt, von den Gewinnen, die du machst, musst du 30% abgeben. Allerdings erst am Ende des Monats. Ja, das heißt, bei CopyFX ist das meistens wöchentlich. Das entscheidet dann der Trader selber. Also nicht der Investor, sondern der, der die Strategie anbietet. Und hier ist es immer Ende des Monats, sind es 30%. Auch hier geht es nach dem High-Water-Markt-Level. Das heißt, für Gewinne, die du schon mal bezahlt hast, musst du nicht nochmal bezahlen. Das heißt, wenn das Ganze wieder nach unten geht und du wieder erst ein neues Allzeithoch sozusagen erreichst, erst dann kommen wieder neue Gebühren auf das Neue hinzu. Also relativ fair das Ganze. So, dann haben wir das V. Das ist für die Volumengebühr. Ja, die ist bei Null. Das heißt, für je eine Million gehandelter Dollar, ja, also sozusagen 10 Lot, musst du zum Beispiel hier bei dem Tomahawk eine Volumengebühr von 10 Dollar bezahlen. Das heißt, pro Lot sind das etwa 1 Dollar. So kann man das eben sagen. Und die Managementgebühr ist pro Jahr, was du noch zusätzlich bezahlst, egal ob Gewinne gemacht werden oder nicht. Ja, so ein bisschen mit der Volumengebühr muss man ein bisschen aufpassen. Aus dem einfachen Grund, weil das natürlich dazu verleitet, den Trader verleitet, möglichst viel zu traden, weil er da etwas Geld verdient. Wie gesagt, es sind keine Massen, aber ein bisschen was kommt denn eben schon zusammen. Schauen wir uns das GeForce-Signal mal genauer an. Auch hier habe ich eben auf alle gestellt. Hier ist die Mindestinvestition 200 US-Dollar. 318 Anleger sind aktuell dabei. Und 238.000 US-Dollar, ich weiß gar nicht, wie ich auf Pfund komme, sind eben mit drin. Hier siehst du dann, wie viele Gewinn-Trades das sind. Ja, das heißt, wir sind hier bei 92% Gewinn-Trades und nur zwei Verlust-Trades. Und hier waren es eben entsprechend mehr Gewinn-Trades. So, aufs Eigenkapital zu gucken, ist nochmal ganz interessant. Und hier siehst du eben auch so ein bisschen die Equity-Kurve, was auch wichtig ist, um zu sehen, einzuschätzen, wie hoch der Drawdown ist. Wie gesagt, hier ist er auch nicht ganz ohne. Und auch hier ist ein gewisser Drawdown zu verzeichnen. Das muss man natürlich immer bedenken, ja. Und warum ist das so konstant? Ganz einfach, weil diese roten Pfeile signalisieren, dass es hier Whist-Drawls, also Auszahlungen gab. Also es wird jetzt immer versucht, das Ganze auf 1.000 US-Dollar zu halten, was ich eben auch ganz gut und auch ganz fair finde. Wie gesagt, das sind mal so zwei Signale, die ich dir natürlich auch unten verlinke, die man sich auf C-Trader angucken kann. Das ist generell keine Empfehlung. Immer nur so viel Geld investieren, wie man auch wirklich bereit ist, zu verlieren. Also das kann wirklich innerhalb von einem Tag, zwei Tagen auch weg sein oder eben sich vervielfacht haben. Das weiß man immer vorher nicht. So, und hier sind wir jetzt bei meiner Strategie, der Breakout-Strategie, die MyLoki V2-Strategie. Hier siehst du eine Performance-Gebühr von 20% und eine Management-Gebühr pauschal von 2% pro Jahr. Also das macht jetzt auch nicht super viel aus, aber sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Das Ganze läuft hier erst seit 8. April. Dementsprechend ist die Kurve nicht ganz so. sind jetzt inzwischen wieder leicht im Plus. Und diese zwei Anleger, wie gesagt, Gratulation, dass ihr so lange durchgehalten habt. Auf jeden Fall ist euer Einsatz jetzt zumindest wieder raus, beziehungsweise ist dieser Verlust erstmal wieder wettgemacht. Mindestinvestition sage ich hier 500 US-Dollar. Sage ich nicht aus Jux und Dollerei, sondern wie du siehst, kann es eben auch mal einen gewissen Drawdown geben. Und da ist es dann eben wichtig, tatsächlich zu sagen, okay, 500 US-Dollar sind drin. Also das ist wirklich so das Minimum, wo ich sage, das sollte man eben tatsächlich haben. Maximal waren 13 Leute dabei. Ja, viele sind dann eben natürlich ausgestiegen, als dann die Durststrecke begann. Und wie gesagt, nur zwei sind jetzt eben drin geblieben. Hier sieht man es nochmal im November. Bis jetzt schon 22% gemacht und 17% im Oktober. So, und dann würde mich deine Meinung einfach mal interessieren. Und zwar, wie soll es weitergehen mit dem MyLoki Handelsroboter? Ich habe noch zwei Ideen, wie man ihn vielleicht verbessern könnte. Einmal, dass man vielleicht doch ein Grid-Martin-Geld-System mit reinnimmt. Ja, man kann ja auch ein sehr sanftes und nicht so wildes Martin-Geld-System implementieren. Und als zweites, dass man vielleicht einen zweiten, ja, Break-Even sozusagen reinbringt. Das heißt, wenn er dann schon mal ordentlich im Gewinn ist, dass er das nochmal zusätzlich absichert. Das sind die beiden Ideen, die ich habe. Schreib es mir mal bitte in die Kommentare, ob ich da weitermachen soll oder nicht. Das Problem ist natürlich, ich kann natürlich erst backtesten, wenn es implementiert ist. Und backtesten funktioniert beim C-Trader übrigens sehr, sehr gut, sehr, sehr genau. Man hat wirklich perfekte Tickdaten ohne irgendwelche kostspieligen Abos. Also das ist wirklich hervorragend. Und dann kann man eben schauen, wäre er besser gelaufen mit einer gewissen Martingale-Grid-Strategie oder eben mit einer zusätzlichen zweiten Trail-Profit oder wie auch immer man das nennen mag. Also einmal in die Kommentare und jetzt kommen wir mal zu MyFX-Book. So, hier sehen wir die MyLoki C-Trader-Strategie. Ja, auch die 5,6%. Auch hier unten sehen wir dann eben die 22%, die wir hier eben im Gewinn waren und so weiter. Also wie gesagt, das deckt sich halt absolut, weil das Ganze natürlich direkt von der C-Trader-Plattform zu MyFX-Book kopiert wird. In der Endcard findest du zum Beispiel das Video, wie der MyLoki-Handelsroboter jemanden zum Millionär gemacht hat. Ja, das ist eben das, was die Strategie so berühmt gemacht hat. Wo ganz viele Leute eben auf den Kanal gekommen sind. Da kannst du dir dann nochmal anschauen, wie die Strategie funktioniert. Das ist kein Martingale-System. Jeder Trade ist maximal 1% Risiko abgesichert. Und ja, das macht sie eben so powerfull. Und ganz wenige hohe Gewinne. Insgesamt sind es sehr viele Gewinne, allerdings meistens sehr, sehr kleine Gewinne. Das muss man dazu sagen. Also hier sieht man es eben auch nochmal, dass ca. 75% und 74% der Trades eben gewonnen werden. Aber das sind meistens so Break-Even-Gewinne, also keine substanziellen Gewinne. Hier sieht man ganz klar, das sind die substanziellen Gewinne. Und hier sieht man eben auch ganz klar, dass hier eben oftmals Gewinne vor sich hergetragen werden, die nicht immer materialisiert werden. Das muss man eben ganz klar dazu sagen. So, darf ich euch langsam mal das Tschüss anbieten? Ja. Ciao Bella Frikadella und einen schönen Gruß an die Eltern.